Hi, ich bin Ronja und zeige dir heute die Hochschule Heilbronn. Lass uns direkt einsteigen mit guten Gründen, warum sich für dich ein Wirtschaftsstudium bei uns richtig lohnt. Grund 1. Vielfältige Studienangebote. Von Kulturmanagement über Logistik bis hin zu Wirtschaftsingenieurwesen. Bei unseren Angeboten an vier Standorten ist sicher auch für dich etwas Passendes dabei. Grund 2. Megatrends. Aktuelle Themen sind in unseren Studiengängen selbstverständlich. Nachhaltigkeit, Mobilität, Internationalität. Bei uns lernst du Future Skills und wirst optimal auf deine Karriere vorbereitet. Ein englischsprachiges Masterstudium, Praktika oder ein Semester im Ausland. Für uns ist Internationalität selbstverständlich. Grund 3. Praxisnah studieren ist uns wichtig und macht eine Hochschule für angewandte Wissenschaften aus. Bei uns lernst du Probleme aus der Praxis direkt im Hörsaal zu lösen. Da unsere ProfessorInnen selbst mehrjährige Unternehmenserfahrungen haben, werdet ihr optimal auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Wir ermöglichen dir optimale Karrierechancen. Viele Global Player sind direkt vor unserer Tür. Ein echtes Highlight für dich. Du willst mehr über uns erfahren? Alle Infos findest du unter www.hs-heilbronn.de Wir freuen uns auf dich.